Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute mal ein neues Format, wir wollen mal was testen. Konsti ist am Start, wir dachten uns, es gibt einfach so ein paar Themen, die kann man jetzt nicht in ein Review packen. Die sind vielleicht auch ein bisschen zu ausführlich, um die jetzt immer wieder in einem Livestream durchzukauen. Und da wir letztens in einem Livestream mal drauf gekommen sind, dass wir häufiger mal eine Diskussion führen über irgendwelche Themen im Shisha-Universum, haben wir uns gedacht, warum nicht ein neues Format mit Konsti dabei als Co-Host Shisha-WG diskutiert. Verschiedene Themen, das muss auch nicht immer super nah beim Thema sein, wir werden bestimmt auch das eine oder andere mal ein bisschen abschweifen. Aber heute sozusagen die Pilotfolge und ganz wichtig, das ist auch eine Testfolge. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie den ersten Teil drehen und wir merken, ihr habt da alle gar keinen Bock drauf, das guckt sich keiner an, das juckt euch nicht wirklich, dann lassen wir das vielleicht auch in Zukunft wieder sein. In dem Sinne, wenn es euch gefällt, macht euch gerne ein Köpfchen an, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, das ist kein 10-Minuten-Video, ihr seht ja jetzt schon, wie lang es ist, wir wissen es noch nicht. Das kann ein bisschen dauern und wir gucken einfach mal, wie es ankommt. Also Däumchen nach oben, wenn euch das neue Format gefällt, lasst uns auch gerne da einen Kommentar da, wenn ihr jetzt ein bisschen was geguckt habt, so Feedback-mäßig, wie ihr es findet, was wir vielleicht anders machen sollen, was wir vielleicht besser machen sollen. Aber heute der Test, Shisha-WG diskutiert. Verschiedene Themen und heute haben wir schon das erste Thema. Zu der Breeze gibt es schon ein Review. Zu der Penta ist es jetzt gerade rausgekommen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video dann seht, wird es auch schon das Video zu der Division Nano geben. Zur KAIF habe ich damals kein Video gedreht, haben wir eben auch gesagt, ich weiß gar nicht, warum. Das ist die große Frage gewesen. Das ist die große Frage. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, die KFS ist dann die einzige Pfeife, von denen, die ihr hier seht, zu der es kein Video gibt. Aber trotzdem, diese vier Pfeifen in einer sehr ähnlichen Kategorie, sehr nah beieinander, mit gewissen kleinen Twists, die dann immer für die eine auf einer Plus-Sorte, auf der Plus-Seite zählen, bei der anderen auf der Negativ-Seite. Und da wollten wir heute einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Deswegen heute das erste Thema. Welche von diesen vier Pfeifen sollte man sich kaufen? Die KFS, also von der Seite jetzt durch, die KFS, die Mose-Breeze 2, die X-Hooker Division Nano oder die Vyro Penta. Ja. Ich glaube, das wird ein gutes Thema, oder? Das wird ein gutes Thema. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie wir auf das ganze Thema eigentlich gekommen sind. Wir haben ja gestern, zu dem Zeitpunkt gestern im Livestream, sehr, sehr oft die Frage gehabt, ja, aber welche Pfeife soll ich denn jetzt nehmen? Wo hast du denn jetzt die Zange? Hier. Damit sie nicht runterfällt. Wunderbar. Nein, wir haben ja... Das wird auch uncut, ne? Also, wir sitzen einfach hier, wir reden drüber, wir nehmen euch mit. Fertig. Also, wir haben ja gestern festgestellt, dass viele auch in der Community gefragt haben im Livestream, ey, was ist denn eigentlich der Unterschied? Und die eine kann doch dies und die andere kann das. Und was können die eigentlich besser? Und so weiter und so fort. Ja, und eben gerade, nachdem die liebe Marv das Video zur Division Nano abgefilmt hat, saßen wir hier und fingen schon wieder das Diskutieren an. Und da sitzt Marv da und sagt, ja, eigentlich müssen wir das Ganze jetzt aufnehmen. Ja, das ist eigentlich genau das Videothema. Richtig. Und wir wussten ja auch schon, du, was Moderations- und Interview-Skills angeht, du hast... Konsti, ich weiß, du hörst nicht gerne Lob, aber lass es mich einfach sagen, es ist sich jeder einig. Du hast im 14-Stunden-Stream einfach rasiert mit den Interview-Skills. Das war legendär. Und heute testen wir unsere Diskussions-Skills. Schauen wir mal. Vielleicht wird es auch gar keine Diskussion. Vielleicht sind wir uns voll einig bei dem Thema. Ich wage es zu bezweifeln, muss ich ehrlich sagen. Sage ich jetzt schon. Ich wage es tatsächlich zu bezweifeln. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall haben wir halt, wie gesagt, heute das Thema, weil es im Livestream schon aufgekommen ist, weil ich es immer mal wieder kurz angeschnitten habe in den Reviews, aber da einfach nicht genug Zeit war. Welche von diesen vier Pfeifen sollte man sich denn da kaufen? Vielleicht erst mal zu den Preisen. Ist die KFS noch bei 150 Euro? Die ist noch aktueller Stand bei 150 Euro. Das ist korrekt. Die Mose Breeze 2 liegt ja ebenfalls bei 150 Euro. Die Division Nano, wenn ich es richtig verstehe, liegt auch bei 150 Euro. Wobei man da direkt den ersten Punkt anmerken kann. Bei der Ocean habe ich keinen Code. Bei der Breeze 2 kann man mit Code SWG im Moment den SWG-Lanyard dazubekommen. Normal bekommt man aber auch bei Mose mit Code SWG einen Schlauch dazu. Das mit dem Lanyard ist jetzt so eine Limited-Time-Aktion. Also wir haben da ein paar Lanyards bestellt, weil viele den nochmal haben wollten und den gibt es immer mit kostenlos dazu normalen Schlauch. Bei der Division Nano, oder machen wir erst mit der Vyro weiter, bei der Penta bekommt man auch mit Code SWG ebenfalls einen Silikonschlauch dazu. Die Division Nano ist die einzige Ausnahme von dieser Regel. Bei der Division Nano gibt es bei Xhooka nämlich SWG 10, dann gibt es 10% Rabatt. Das heißt, die Division Nano ist de facto, die Penta kostet ja sowieso 135 Euro. Genau. Okay, also die Division Nano S kostet dann auch mit Code SWG C 135 Euro. So. Ja. Das heißt, die Penta und die Xhooka Division Nano spielen quasi preislich mit Code SWG 10 bei der Division Nano in einer Preisliga. Genau. Und die Ocean KFS, genauso wie Most Breeze 2, spielen ebenfalls eine Eierliga. Wobei ich schon dazu sagen muss, direkt würden die diese, also wenn du dir sicher wärst, du willst die Breeze. Ja. Die 15 Euro kriegt man doch noch irgendwo her, oder? Ja. Die würden mich jetzt nicht stören. Was allerdings bei allen Pfeifen wieder zu sagen ist. Alle sind ein bisschen anders aufgebaut bei dem, was es dazu gibt. Wo wir schon zu einem Punkt kommen, was vielleicht bei einer Kaufentscheidung mit einfließen könnte. Bei der KFS bekommst du ja einen Schlauch, ein Mundstück mit dem passenden Sleeve dazu. Genau. Eine Zange und die Pfeife selber. Plus eine Fragenkasse. Genau. Was ein sehr, sehr nice Gimmick ist. Ja. Gerade bei so einer kleinen Pfeife, die sich halt anbietet, um die auch mal mitzunehmen. Also ich meine, klar, es gibt noch extremere Travel Pfeifen, sowas wie die Vyro One. Klar, die kann man am einfachsten mitnehmen. Absolut. Aber viele Leute sagen halt, nee, ich will schon eine richtige Pfeife mitnehmen. Die Vyro One ist eine vollwertige Pfeife, aber halt nicht im klassischen Format wie eine Pfeife. Deswegen viele sagen halt, nee, ich will lieber sowas. Für mit an See, Reisen, wie auch immer. Das ist vollkommen richtig. Bei der Breeze Two ist es schon wieder ganz anders mit dem Set, was du bekommst. Die Breeze Two kommt nämlich, wenn du so willst, im Vergleich zur Kaif nicht rauchfertig. Weil bei der Breeze Two hast du auch, du hast ein Mundstück dabei, dir fehlen allerdings eine Zange und ein Schlauch. Ja. Was schon wieder zwei Dinge sind, wo man jetzt sagen könnte, hm. Wobei man ja normal mit Code SWG den Schlauch dazu bekommt. Richtig. Wenn man diesen Code nutzt, was ich jedem empfehlen würde, bekommt man diesen Schlauch noch dazu und wäre quasi auf demselben Level wie bei der KFS. Aber kommen wir mal zu den anderen beiden. Was gibt es da dazu? Ich kenne sie beiden noch nicht. Ich habe sie beiden noch nicht bestellt. Von daher kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Bei der Division Nano ist ein Schlauch und ein Mundstück dabei. Das Mundstück, das habe ich auch im Review gesagt, finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Das ist ein Alu-Mundstück. Die Pfeife ist komplett aus Edelstahl. Das Mundstück ist dann aus Alu. Hat noch so ein kleines schwarzes Plastikteil, das aber nur so ein Design-Element ist. Also da geht der Rauch nicht wirklich durch. Aber die Division Nano kommt mit einem Schlauch und mit einem Mundstück für 135 Euro. Also könnte man sagen, die Division Nano ist der günstigste Kandidat. Mit allem drum und dran. Genau. Definitiv. Plus, du hast sogar noch diesen dritten Teller dabei. Genau. Es ist noch ein dritter Teller dabei. Habt ihr hoffentlich das Review geguckt. Ansonsten, wir verlinken euch auch alle Videos da über Consti mal zu all diesen Pfeifen. Abgesehen von der KFS gibt es schon mal ein eigenständiges Review. Falls euch dann später irgendwie eine mehr interessiert oder ihr euch zwischen zwei immer noch nicht entscheiden könnt. Vielleicht habt ihr auch schon die Reviews gesehen. Ansonsten, wir verlinken es euch. Könnt ihr euch die Videos zu dem, was wir da jetzt gerade so haben, nochmal angucken. Und dann haben wir noch die Vyro Penta. Das ist übrigens nicht die Standard Bowl bei der Penta. Ebenso bei der Breeze. Das ist auch nicht die Standard Bowl. Das sind beides Mose Exclusive Gläser, die von Cesar gefertigt sind im Mose Design. Die blaue kostet, glaube ich, 150. Ja, korrekt. Und die Clear kostet 120. Zwischen 110 und 130, je nachdem, welches Cut-Version du da wählst. Ja, also die zwei Bowls sind nicht standardmäßig. Bei der Breeze ist normal eine, oder bei beiden. Nee, bei der Penta ist eine andere Bowl dabei. Bei der Penta ist so eine Art, guckt euch das Review an, da seht ihr noch die Standard Bowl. Und bei der Breeze ist praktisch dieselbe Bowl wie bei der KFS nochmal dabei. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das jetzt eine Bowl war, die bei der Breeze dabei war oder bei der Kaif dabei war. Ich meine, es ist sogar eine Breeze Bowl. Weil die Kaif Bowl war, glaube ich, ähnlich wie die der Division Nano. Relativ ein Stückchen tiefer. Man sieht es ja auch hier in den Größenunterschieden. Mit so unter anderem die Breeze, die größte von den dreien oder von den vieren. Danach eigentlich die Penta, dann die Ocean KFS, dann die Division Nano, tatsächlich die kleinste. Macht aber noch einen Unterschied durch die Bowls. Wobei, und das habe ich auch schon im Review gesagt, die Division Nano nur kleiner ist, weil die Bowl deutlich niedriger ist. Also wenn man mal hier so linealmäßig anlegt, da sind bei der Breeze Bowl halt nochmal so, weiß ich nicht, 2-3 cm sind da nochmal. Das könnte ziemlich genau der Unterschied von der Größe sein. Richtig. Genau. Penta-Lieferumfang, da ist nichts dabei. Mit Code SWG gibt es auch den Schlauch dazu. Aber Mundstück ist zum Beispiel gar nicht dabei. Also könnten wir sagen, die Penta ist eigentlich die einzige Pfeife, die komplett nackt kommt. Ja. Von sich aus kommt die komplett nackt. Und das wäre jetzt schon für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt wieder zwischen zwei wählen müsste, allein wegen dem Lieferumfang, im gleichen Preissegment mit Code SWG10, würde ich sogar tatsächlich in dem Moment eher, wenn ich auf ein Geld achten möchte, zur Division Nano greifen, weil ich dort einfach alles dabei habe. Also, das finde ich bei der Penta ein wenig schade, dass man die Optik des Sleeves nicht aufgegriffen hat in ein eigenständiges Mundstück. Wurde ja so ein bisschen. Okay. Es gibt ein Penta-Mundstück. Das ist praktisch, also ich habe hier gerade das Vyro-Mundstück. Es ist basically das Vyro-Mundstück mit unten noch einem kleinen Griffstück, wo eben nochmal genau die Rauchsäule aufgegriffen wurde. Musst du aber dazu kaufen. Kostet, glaube ich, 20 oder 25 Euro bei heon-shisha.com. Das finde ich persönlich schade, weil jede Pfeife hat, egal welche du von den anderen dreien nimmst, immer das passende Mundstück mit dabei. Bei der Penta musst du es extra kaufen. Und das wäre für mich... Dafür ist die Penta aber zum Beispiel auch 15 Euro billiger als die Breeze. Ja, und wenn wir da einfach auf die Materialien drauf eingehen und sagen, wir setzen jetzt einfach die Penta und die Breeze im direkten Vergleich, dann haben wir bei der Penta einfach das, ich sage mal, für mich höherwertige Material am Start. Wir haben eine Edelstahl-Base, wir haben einen Edelstahl-Teller, wir haben das Sleeve, ob es einem gefällt oder nicht, sei dahingestellt. Und bei der Mose haben wir halt nur eben diese Pomp-Base. Bevor wir jetzt weiter auf den Punkt Verarbeitung, Qualität, Materialien eingehen, würde ich noch kurz zwischendrin einwerfen. Ich bin mir sicher, dass sich viele Leute fragen werden, was raucht ihr eigentlich? Deswegen, Konsti, was hast du dir? Kopf-Setup und so. Ganz einfach. Also ich habe diesmal die Ocean KFS ausgewählt und rauch sie auch, weil wir festgestellt haben, dass es dazu noch gar kein Review gibt, dass man sie auch mal einfach ein bisschen in Aktion sieht. Und dass man sie tatsächlich sehr selten in letzter Zeit bei SWG gesehen hat. Genau, das auch. Man muss aber auch dazu sagen, ist mit Abstand die älteste Pfeife von denen, die hier stehen. Von den vieren? Ja, definitiv ist die älteste, mit Abstand, ganz klar. Sie kam etwa in der Zeit der Breeze 1 dazu. Ein bisschen später? Ja. Ein bisschen später meine ich, aber sie kam ein Dreivierteljahr vor der Breeze 2. Richtig. Und das ist die zweitälteste Pfeife, die hier steht. Ansonsten kam die Division Nano ganz kurz, ich glaube eine Woche oder anderthalb Wochen vor der Penta. Ja, richtig. Die Penta wurde gestern Abend released, also heute ist Montag, Sonntag, also eigentlich heute Nacht um 0.30 Uhr kam sie online. Ja. Da gab es ja auch gewisse Serverprobleme, aber wir drehen uns schon wieder im Kreis. Wir drehen uns schon wieder im Kreis. Was raus, Dominion. Ich habe mir den, jetzt komme ich gerade wieder auf den Namen, den Lidlip, genau, den Lidlip von Ukraine ausgewählt, in diesem Honeycomb Colorway, was ich sehr, sehr schön finde, es passt auch gut zur Pfeife. Bisschen arg, der Rangstuhl kommt nicht ganz hin, aber ein sehr nicer Kopf. Zusammen mit dem Kalout Lotus, wie heißt der, Azuris. Auras. Azuris, Azur, Meer. Ja, blau, shit, Auris, also Gold in der Händigkeit. Sagen wir es einfach so, der goldene Lotus 1+. Zusammen mit dem Holster Eiskaktus und dem Kiwi-Watsch, aber wieder ein bisschen klassischer. Und bei dir? Bei mir gibt es den Wandenberg-Funnel, den hast du ja letztens mitgebracht. Ich glaube, Antique Gold. Antique Gold heißt der richtig. Antique Gold, oder Antique Gold, wie auch immer, ob da jetzt deutsche oder englische Aussprache gewünscht wurde, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall den Wandenberg V1, M1, V1. Den hast du dir am Samstag gekauft. Genau, genau. Und hast den mitgebracht. Genau. Du hast den noch gar nicht geraucht. Ich habe noch gar nicht geraucht, weil ich wollte von dir, da kommen wir schon, da weichen ich mir komplett von dem Thema ab, aber ich wollte von dir einfach mal wissen, weil du mehr Erfahrung mit vielen verschiedenen Köpfen hast, bei weitem auch mehr als ich, auch wenn ich selber auch schon einige hatte, aber einfach mal wissen, wie vergleichst du diesen Kopf, da können wir vielleicht auch irgendwann im nächsten Mal noch drauf eingehen, mit teureren Köpfen. Oh ja, da habe ich schon die nächste Folge im Kopf. Ja. Wir suchen uns die teuersten Köpfe aus. Wir holen uns einen Mason, einen Stone, einen Amphora und vielleicht noch einen Wandenberg als etwas günstigeren, aber trotzdem nicht als billigen Funnel. Ich meine, 35 Euro für den Kopf, so viel kostet der Wandenberg nämlich, ist nicht wenig Geld. Die Frage ist für den Kopf, egal, das ist schon wieder ein ganz anderes Thema, wenn ihr das als eigenständige Folge sehen wollt. Ist so ein Stonehooker sein Geld wert? Wie sieht der im Vergleich zu einem recht hochwertigen Made in Germany Funnel aus? Und so weiter und so fort. Schreibt es uns in die Kommentare, dann machen wir dazu auch nochmal eine Folge. Vorausgesetzt, die Pilotfolge kommt gut an. Genau. Genau. Aber Wandenberg M1. V1. V1. Wandenberg V1 in Antikgold rauche ich gerade. Drinnen habe ich Must-Have Raspi 50-50 gemischt mit dem Forestberry. Eine Mischung, die ich tatsächlich in letzter Zeit häufiger rauche. Ja, definitiv. Finde ich ganz geil. Kalaun-Lotus 1 plus drauf. Kein Auris, kein Nieris, kein Azuris, nichts. Einfach der normale 1 plus. Ja, das ist mein Setup. Und bei mir eben auf der Penta, die gerade auf einer Mose-Bowl sitzt. Tima Eon, no hate please. Ich finde die einfach schön. Also ich finde auch die Standard-Bowl von der Penta sehr, sehr schön. Aber ich muss sagen, auf dem Glas gefällt es mir noch besser. Definitiv. Ich finde eh, diese ganzen Caesar, diese Kristallgläser machen auf dem Pfeifen einfach viel, viel mehr her. Das ist vielleicht auch sogar eine komplette Folge wert. Ja, das ist auch eine komplette Folge. Also ihr seht, die Pilotfolge dient auch dazu, für uns noch Ideen zu sammeln. Seht es uns nach. Das sind vielleicht auch ein paar Teaser auf eventuell folgende Folgen. Es wird vielleicht noch nicht ganze Diskussion sein in der letzten Folge. Wir müssen halt erstmal ins Format reinfinden. Aber um die Diskussion jetzt einfach zu starten, beginne ich einfach mal mit ein paar Punkten jetzt. Weil ich habe bei zwei der Pfeifen für mich selber Kritikpunkte, die mir nicht gefallen. Okay, bin ich gespannt. Und das ist einmal bei der KFS. Ich habe es jetzt nicht hier, aber das ist das dazugehörige Mundstück, was geliefert wird. Mit was Schönes im selben Design der Rauchsäule ist, mit diesem Holzelement. Was aber wahnsinnig klobig ist. Und unglaublich kurz. Ja, also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du tatsächlich so dann da sitzen musst und rauchen musst. So, den hier musst du dann machen. Aber abgesehen von der Kürze, ich finde dieses Mundstück einfach schrecklich. Absolut. Und auch bei der Penta gibt es für mich einen kleinen Punkt, wo auch die Meinungen auseinander gehen. Ich denke, du weißt, welchen ich ansprechen werde. Das ist diese Mischung aus Carbon, Epoxid und Holz. Das ist eine wahnsinnig gewagte Kombi. Und du hast ja gestern selber gesagt, du fandst am Anfang auch so, meh. Und nachdem du es mehr verankert hast, war es dann okay? Am Anfang bin ich gar nicht mit warm geworden mit dem Design. Also ich, als ich die Pfeife das erste Mal gesehen habe, war ich so, boah, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Wir wollen noch was anderes machen. Wir wollen was besonders machen, weil Epoxy kennt man, Holz kennt man an anderen Pfeifen. Carbon kennt man auch an vielen Pfeifen, mit den Carbon-Sleeves für die Breeze zum Beispiel. Das war für mich im ersten Moment so ein bisschen so, wir müssen was anderes machen, damit niemand sagt, das ist aber genau wie bei Mose. Da gibt es ja auch schon Epoxy, da gibt es ja auch schon Carbon. Richtig. Und das war dann so, naja, machen wir einfach beides dran, das gibt es doch nicht. Ich finde, ganz ehrlich, bei der Penta, so wie sie jetzt dasteht, es ist im Großen und Ganzen eine schöne Pfeife. Ich finde aber, das ist ein Ticken too much für mich. Es spricht für mich noch nicht gegen einen Kauf, gegen eine Entscheidung für diese Pfeife, noch lange nicht. Gut, da muss man sowieso sagen, das ist Geschmackssache. Natürlich, deswegen sage ich es ja. Das spricht nicht für mich gegen den Kauf einer Pfeife, aber es ist für mich so der größte Kritikpunkt an der Penta, genau wie an der KFS. Bei der KFS ist es das Mundstück, bei der Penta ist es das Sleeve eben um die Rauchsäule. Um das Ding mal weiter zu spinnen, hast du denn ähnliche Punkte bei der Nano oder bei der Breeze? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei der Breeze finde ich von der gesamten Aufmachung her, von der gesamten Struktur, wie du die Pfeife anschaust, egal mit welcher Bowl ich sie rauche, hat sie, finde ich, die klarste Linienführung. Sie wirkt auch, wenn ich jetzt hier auf dem Tisch gucke und das ist nicht, weil ich Moes favorisiere oder sonst was von vornherein. Denn es ist einfach, wenn ich jetzt hier auf diesen Tisch gucke, auch ohne die Bowl, mein Blick bleibt an der Breeze hängen, weil die Linie einfach klar ist. Es ist eine Linie, du hast in dem Sleeve diese zwei Erhöhungen in der Mitte drin, du hast unten die Erhöhung, du hast oben die Erhöhung, das Ganze geht über unten in den Ring, der quasi jetzt drauf sitzt auf der Base, geht in die Baseform über und würde bei der Bowl dann auch in die Bowlform übergehen. Bei allen anderen, abgesehen von der Division Nano, da ist es auch relativ ähnlich, hast du einen riesengroßen Stilbruch, finde ich, gerade bei der Penta durch diese Kante in der Mitte. Bei der Penta, aber im Sleeve bin ich bei dir mit dabei, ich finde aber die Kai Eve in ihrer Designsprache auch unglaublich schlüssig. Vor allem, wenn man das Blow-Off jetzt nicht wie bei dir gerade oben auf dem Teller hat, das sieht erstmal komisch aus. Aber wenn man das normal verbaut, so wie es gedacht ist, also so wie die eigentlich rauskamen, eigentlich sitzt ja das Blow-Off-Ventil unter dem Kohleteller, dann finde ich auch die Kai Eve unglaublich schlüssig in ihrer Designsprache. Also ich finde, das sieht auch wie ein sehr gut designtes Produkt aus. Also Product Design ist da on point. Auf jeden Fall. Bei der Division Nano ist es bei mir der Teller, der mir zu groß ist. Ich finde, das fällt so ein bisschen raus. Ich finde ihn wiederum gut. Ich finde ihn bei der Breeze 2 zu klein. Okay. Da gehen die Meinungen schon wieder auseinander. Das ist halt genau das, was wir eigentlich mit dieser Folge bezwecken wollten. Zwei verschiedene Meinungen. Da sind wir uns halt auch nicht immer einig. Bei der Penta, ja, das mit dem Sleeve, keine Ahnung. Mit jedem Tag, wo sie länger hier ist und wo ich sie mehr rauche, gefällt es mir besser. Aber am Anfang war ich auch so, gerade bei dem weißen Sleeve finde ich es noch mit am besten. Aber bei dem roten oder bei dem blauen Sleeve muss ich sagen, das ist mir dann echt too much, was da abgeht. Ich habe das blaue Sleeve ja auch gesehen. Das war ja so blau, Holz, Gold unten, kann man sagen. Dieser Holz wirkt ja so gelblich-gold. Ja, das Holz ist eigentlich in der selben Farbe wie da jetzt auch. Ja, das wirkt. Also ich sage es mal andersrum. Die Penta, wenn ich sie betrachte, wirkt für mich unruhig. War bei mir am Anfang auch so. Mittlerweile sehe ich es nicht mehr so. Ich kenne sie noch nicht so gut. Vielleicht will ich sie auch öfter bei dir sehen. Vielleicht, wenn ich sie noch mal geraucht habe, sehe ich das ganz anders. Aber derzeitiger Stand zum Aufnahmediederfolge jetzt, finde ich, wirkt sie am ehesten unruhig. Wenn ich sie betrachte, das wirkt so ein bisschen, ja, da kommt so ein innerer Monk raus. So nach dem Motto, ich muss das irgendwie auf eine Höhe bringen. Man hat irgendwie so den Eindruck, als hättet ihr eigentlich hier aufhören sollen. Und dann wurde da noch so ein Carbon-Ding dazwischen gesetzt. Richtig, so wird es das halt. Um aber vielleicht wieder den Boden zu spannen auf Verarbeitung, Materialien, Qualität. Wir haben bei allen Pfeifen Edelstahl verbaut, außer bei der Breeze, die hat eine Pom-Base. Pom-Base, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen. Pom ist eine Art Kunststoff, also ist ein Kunststoff. Kunststoff ist ja die übergeordnete Kategorie. Pom ist dann ein Unterkunststoff sozusagen. Ist das jetzt schlecht bei einer Pfeife, ist das jetzt gut bei einer Pfeife? Also, wir haben beide eine Breeze 1 seit Tag 1. Und ich kann bei mir sagen, bei der Breeze 1 habe ich gar keine Probleme. Man muss auch dazu sagen, dass kein Gewinde in dem Pom verläuft. Also da wurden keine Gewinde ins Plastik geschraubt, sondern man verschraubt das Tauchrohr mit der Rauchsäule. Again, wenn ihr sowas genauer sehen wollt, guckt euch die Reviews an. Da ist meistens auch der Aufbau dabei. Beziehungsweise seht ihr das da auf jeden Fall noch ein bisschen genauer. Aber wenn da jetzt kein Gewinde im Pom verläuft, ist das was Schlechtes? Nein, absolut nicht. Hast du irgendwelche Probleme mit der Haltbarkeit von einer Breeze 1, nachdem wir so über ein Jahr extrem viel geraucht haben? Die Breeze an sich und jede andere Pfeife, die ich mit Pom Base habe, unter anderem die Alpha, wo tatsächlich das Gewinde in das Pom geschraubt wird, ohne eine Metallhülser zwischen oder irgendwas anders, läuft nach wie vor butterweich. Ich sehe es in dem Fall nicht als Makel an, auch nicht als Minuspunkt. Das Einzige, wo für mich jetzt der Kritikpunkt dann wiederkommt, das wird sich aber wahrscheinlich auf das Gesamtdesign der Pfeife und die Planung und wo man es herstellt, alles auswirken, ist, wieso ist die Breeze 2 mit der Pom Base deutlich teurer im Vergleich zur Penta mit der Edelstahl Base? Das wäre für mich hier so ein kleiner Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Breeze deutlich mehr Aufwand in der Herstellung ist, mehr Teile fordert, weil also im Sinne von Materialmenge, die da für die einzelnen Dinger benutzt wurde, ist das ja relativ ähnlich. Die Breeze, muss man aber sagen, hat mit Abstand die meisten Einzelteile. Das ist korrekt. Durch die verstellbaren Ringe, die da alle einzeln gefertigt wurden, sodass man eben die vielen Blow-Offs ermöglicht, weil die Breeze kommt. Mit vier Blow-Offs wurde sie beworben. Die Community hat da auch schon wieder mehr Blow-Offs rausgefunden. Man kann auch den Teller noch ein bisschen drehen und so faxen machen und noch einen anderen Teller dazwischen schrauben und, und, und. Das ist auch bei der Division so. Also die Division wird verkauft mit dem Teller-Blow-Off. Man kann aber da auch noch rumspielen. Again, schaut euch die Reviews an. Die einzige Pfeife, die wirklich nur ein Blow-Off hat, ist die Penta. Ja. Und wobei, da könnte man auch sagen, wenn man, die Penta ist zum Beispiel auch die einzige Pfeife auf dieser Liste, die ein 18-8er Kopfschliff hat. Ja. Die Penta ist die einzige Pfeife, die ein Blow-Off hat. Man könnte aber sagen, dieser Blow-Off sieht nochmal bedeutend anders aus, wenn man da einen Molassefänger drauf packt. Für mich kommen Molassefänger nicht in Frage. Ich habe die eine Zeit lang ganz gerne benutzt, muss aber sagen, da bin ich komplett weg. Wenn ich mir jetzt vorstelle, noch einen Glas Molassefänger oder so was auf die Penta zu packen, dann zerstörst du wieder das komplette Bild dieser Pfeife. Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Aber da das Penta-Blow-Off normal einfach schräg nach oben geht, hast du dann den Blow-Off halt auch schräg nach oben weg. Im Moment wird der ja gefangen vom Kohleteller und nach unten gelenkt. Ihr habt es eben gesehen, ich habe es schon ein paar Mal entlüftet. Dadurch fällt er dann so schön die Rauchsäule entlang. Wenn man einen Molassefänger drauf packt, ballert er nach oben. Als ob man in der Mitte der Rauchsäule so einen schräg nach oben Blow-Off hat. Das könnte aber je nach Molassefänger ganz nice aussehen. Könnte. Der Molassefänger würde allerdings vieles in der Optik der Pfeife zerstören. Genau, der Blow-Off könnte irgendwie cooler und anders sein. Auf der anderen Seite, ja, die Penta mit einem Molassefänger. Das würde, glaube ich, schrecklich aussehen. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch nicht super schlimm, dass alle drei anderen Pfeifen keinen Kopfschliff haben. Muss aber auch dazu sagen, einen Kopfschliff, ich finde es schon praktisch. Ich bin ehrlich, ich brauche ihn zum Beispiel gar nicht. Ich brauche ihn überhaupt nicht. Es hat für mich keinerlei Mehrwert, muss ich tatsächlich sagen. War ich komplett bei dir. Im Studio, wo ich A, im Büro hinten rauche, dann komplett in die Küche laufen muss, um die sauber zu machen oder um Wasser zu wechseln, wie auch immer. Oder auch für mich als Streamer-Youtuber, wenn ich die Pfeife in einem Stream rauchen will, kann ich auch einfach mal gerade den Kohleteller noch mitnehmen und den sauber machen. Es hat schon Vorteile. Da müsstet ihr wahrscheinlich eher aus eurer Erfahrung schöpfen und euch fragen, brauche ich sowas? Ist das für mich überhaupt ein Vorteil? Für manche Leute ist es keiner. Ich brauche es gar nicht, wie gesagt. Für andere ist es einer. Bei mir daheim habe ich eine schöne große Spüle mit so einem Ausziehkopf und so. Da brauche ich auch keinen Kopfschliff. Für hier im Studio finde ich es wiederum sehr praktisch. Ergo, da müsst ihr wissen, ist das ein Punkt für euch an der Pfeife, wo ihr sagt, das brauche ich unbedingt. Weil wenn ihr sagt, ich will unbedingt einen Molassefinger draufpacken oder ich will unbedingt den Kohleteller schnell mit einem Schliff abmachen können, um da nochmal sauber zu machen, dann sind die anderen drei Pfeifen schon raus. Dann sind die raus. Dann ist an der Stelle schon vorbei, dann ist es für euch die Penta. Richtig. Ansonsten, um wieder bei Material und Verarbeitung zu bleiben, ich finde die Ocean schön verarbeitet. Was man bei der Ocean auch noch dazu sagen muss, es ist die einzige Pfeife, die in einer anderen Farbe kommt. Das ist Edelstahl, der Gold gefärbt wurde. Das ist korrekt. Das ist kein echtes Gold oder kein 24 Karat Vergoldung, bla bla bla. Das ist einfach nur Gold gefärbt, also Goldfarben gefärbt. Finde ich nice. Finde ich sehr schön. Ist auch definitiv ein Alleinstellungsmerkmal. Sie hebt sich auf jeden Fall im Design auch durch dieses, ich sag mal, konisch zusammenlaufende Sleeve, dieses Holzsleeve in dem Fall, auch stark ab von der Formgebung der anderen. Die meisten werden in der Mitte alle ja breiter. Wenn man guckt, die Penta wird breiter in der Mitte, die Division Nano. Also auch die Breeze, wenn auch nur minimal. Und die Kaif ist die einzige, die in der Mitte so einen leichten Bogen, ich sag mal, so eine Damenhüfte macht. Konkav. Konkav. Kennst du noch meinen Merkspruch? Nein, meinen Merkspruch kenne ich nicht mehr. Ich habe nämlich immer Probleme mit konvex und konkav. Pass auf, ich habe die beste Eselsbrücke dafür. Seitdem habe ich es nie wieder vergessen. Ist das Mädchen brav, bleibt der Bauch konkav. Hat das Mädchen Sex, ist der Bauch konvex. Und seitdem habe ich das nie wieder vergessen. Sehr, sehr cool. Also die KFS, eine konkave Form. Eine konkave Form, ja, definitiv. Aber ich muss mal ganz wichtig kommen auf den Punkt mit dem Teller. Warum mich der Teller bei der Breeze 2 ein wenig nervt. Und das hat ganz einfach den Hintergrund. Wir alle kennen es ja, wir legen unsere dritte Kohle oftmals auf Kipp drauf. Ja. So. Mir ist es jetzt schon ein, zwei Mal passiert. Es ist zum Glück nicht mehr passiert. Aber du stößt mal gegen den Tisch irgendwas, die Kohle, die auf Kippen ist, fällt dir runter. Bei allen anderen Pfeifen, die ich habe, bis auf bei der Japona, wo der Teller auch zu klein ist, aber im Design optisch noch reinpasst, fällt mir diese Kohle, ich sage mal, zu 75 Prozent auf den Teller. Oder wird vom Teller gefangen. Bei der Breeze 2 fällt er mir zu 99 Prozent daneben. Ja. Und das ist für mich nicht der Sinn eines Kohletellers. Abgesehen davon, dass man den Kohleteller nutzen kann, um die Kohle darauf abzulegen, abzuaschen, was wir in der Regel nicht tun. Abaschen mache ich manchmal schon. Ablegen in der Regel nicht. Ich sage ja auch, in der Regel. Aber hat auch für mich dieser Kohleteller normalerweise eine gewisse Schutzfunktion zu erfüllen. Er ist ja nur optisch da, ist auch eine gewisse Sicherheit, wenn mal was daneben fällt oder runterfällt. Und dieser ist bei mir einfach bei dem Teller der Breeze 2 nicht gegeben. Und deswegen finde ich diesen Teller zu klein. Viel zu klein. Ja. Für mich ist das nicht so ein großer Faktor. Ich mache mir da ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Stress. Mir passiert das eigentlich, ich glaube mir ist es noch nie passiert, dass eine Kohle, die auf Kiplark runtergefallen ist. Wenn, dann würde ich sagen, hast du bei der Breeze auf jeden Fall die größte Chance, dass er nebendran fällt. Dann die Penta, dann die Kaif und dann die Division Nano. Richtig. Aber um nochmal bei der Verarbeitung zu bleiben und so. Die Kaif mit dem besonderen Merkmal, die ist gefärbt. Die Breeze ist sehr gut gefertigt, hat aber die minderwertigen Materialien mit dem POM an der Base. Auf der anderen Seite, ist das ein störender Faktor für uns? Nein. Also da müsst ihr euch auch wieder überlegen. Da müsst ihr praktisch in die Diskussion mit einsteigen jetzt. Wäre das für euch ein Punkt? Ist das euch wichtig? Nein, das muss auf jeden Fall Edelstahl sein. Überlegt euch vielleicht auch, ist das denn begründet, dass ich Edelstahl will? Klar, wenn du Plastik mit Edelstahl vergleichst, ist Edelstahl erstmal das hochwertigere Material, das festere, langlebigere Material. Ich habe aber auch keine Sorge, dass mir die Breeze nach fünf Jahren nicht mehr taugt, weil es eine POM Base ist. Also ich glaube, die wird trotzdem ewig halten. Zumal du nichts ins POM reinschraubst. Genau. Das ist der nächste Punkt. Die Division Nano auch komplett aus Edelstahl. Ich würde sagen, von der Verarbeitung muss ich tatsächlich der Division Nano die wenigsten Punkte geben. Von der Verarbeitung? Ja. Weil die Division Nano hat ein paar Kleinigkeiten, habt ihr hoffentlich auch schon im Review gesehen. Ich versuche jetzt nicht mehr so auf die Reviews zu erwähnen. Ich glaube, ihr habt es jetzt verstanden. Sie hat hier diesen wackelnden Schlauchanschluss. Ja. Da ist irgendwie die Bohrung deutlich größer und deswegen kann man an dem ein bisschen rumspielen. Und ich finde sowohl das Tauchrohr als auch die innenliegende Rauchsäule, also das ist jetzt noch der Sleeve drum. Übrigens auch die einzige Pfeife mit einem Edelstahl-Sleeve. Ja. Again, falls da jemandem wichtig ist, so ist das. Das Tauchrohr, der Diffusor und die innenliegende Rauchsäule sind sehr dünnwandig. Das habe ich vorhin auch gesehen, dass ihr es auseinandergeschraubt habt. Das fühlt sich, also haptisch, haptisch, das anfühlen, das anfassen, fühlt sich gerade das Tauchrohr sehr minderwertig an. Also es fasst sich nicht an wie ein Edelstahl-Teil. Du meinst, du hast da so ein Stück billiges Aluminium in der Hand. Ja. Es ist keins, aber... Genau, es ist keins und da ist halt auch wieder die Sache, ist das denn dann wichtig? Ich finde es nämlich nicht wichtig, wie dick das ist, weil es ist ja im Endeffekt trotzdem Edelstahl. Also ich glaube, das Teil hat jetzt keinen Nachteil gegenüber einem Teil, das jetzt dicker wäre. Von daher finde ich das schon mal... Das kann man nicht sagen. Also ein dickeres Tauchrohr ist kein besseres Tauchrohr. Es könnte schneller kaputt gehen, wenn man es runterfallen lässt oder so. Aber ich glaube, da hast du bei keinem von den Teilen hier Probleme. So. Hast du sonst noch was bei der Verarbeitung? Nein, bei der Verarbeitung hatte ich nichts. Von der Reihenfolge her würde ich auf jeden Fall sagen, Penta die beste. Dann Breeze und KFS sehr nah aneinander. Beide sehr gut. Und die X-Hooker hat so ein paar Kinderkrankheiten, die eigentlich nicht weiter schlimm sind. Aber das merkt man halt, vor allem wenn man halt die einzelnen Teile in der Hand hat. Also beim Rauchen merkst du das natürlich nicht. Merkst ja nicht, dass der Schlauchanschluss da minimal rumbackeln könnte oder so. Aber ich finde, bei der X-Hooker merkst du die meisten kleinen Kinderkrankheiten, die man meiner Meinung nach da gar nicht mehr haben dürfte. Es ist mittlerweile auch die dritte Pfeife von X-Hooker. Richtig. Also einen geringen Welpenschutz tun wir denen noch einräumen. Minimal. Aber minimal. Also wenn sie jetzt quasi eine Version 2 rausbringen würden, müsste das schon wirklich nahezu perfekt laufen. Weil sie müssten eigentlich die Krankheit im Stein behoben haben. Ich sage mal, die müssten denen ja auch selber aufgefallen sein, hier, dass das Ganze nicht so ganz... Ja, das ist halt die Frage. Vielleicht ist es denen auch aufgefallen und die haben halt so... Ja, aber es stört ja nicht. Das kann natürlich auch sein. Es stört ja auch de facto nicht. Ja, eine Beule im Auto stört jetzt auch nicht zwangsläufig. Aber ich würde es trotzdem nicht so verkaufen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, ich finde den Vergleich nicht so passend. Ich finde den Vergleich nicht so passend. Ich schon. Das ist... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe da jetzt keinen guten Vergleich. Ich versuche es mal anders zu formulieren. Wenn ich etwas kaufe, wo ich Vergleichsmodelle habe oder wo es vergleichbare Dinge von gibt, vergleichbare Modelle, Pfeifen in dem Falle, dann erwarte ich auch schlicht weg, dass das, was andere Hersteller schon gemacht haben, weil es wird ja immer irgendwo ein bisschen was abgeguckt. Muss man ganz klipp und klar so sagen. Ich würde nicht sagen abgeguckt. Abgeguckt ist direkt wieder so ein negatives Wort. Man holt sich natürlich Inspiration bei dem, was es schon so gibt. Das heißt, es fängt ja jetzt auch keiner an und überlegt sich beim Autobau, brauche ich vier Räder? Das ist richtig. Weißt du, also die Frage stellt sich ja gerne. Ein Auto hat vier Räder, weißt du? Eine Pfeife hat, ein Blow-Off? Dann lass es mich anders formulieren. Ich sage mal so, die Jungs von X-Hooker haben bestimmt eine Breeze 2 in der Hand gehabt, eine KFS in der Hand gehabt, eine was auch immer, Tiger & Dragon, Handyside, keine Ahnung, in der Hand gehabt und haben sich diese Pfeifen bestimmt auch mal angeschaut oder gesehen bei Freunden, wie auch immer. Klar, da machst du dir natürlich automatisch Gedanken. Und dann haben diese Pfeifen gehabt und sind dann mal hingegangen und haben auch bestimmt mal daran rumgespielt und haben festgestellt, mhm, mhm, ist alles fest, es läuft super. Und dann bei sich selber, nachdem es produziert haben, wackelt, aber stört mich nicht. Also das ist so der Punkt, worauf ich hinaus möchte. Man hat sich ja, ich sage mal, die Ideen, die Anregungen irgendwo auch geholt, was auch vollkommen in Ordnung ist. Das macht man in jeder Branche. Und dann zu sagen, ob sie das so getan haben, ich will den Jungs absolut nicht zu nahe treten, um Gottes Willen, vielleicht ist denen das auch gar nicht aufgefallen, im Endeffekt, das kann auch sein. Aber wir gehen einfach nur mal an den Punkt zurück, wo wir sagen, okay, man hat sich Inspiration geholt, man weiß, das Ganze funktioniert, das Ganze kann fest sein. Auch in einer Edelstahlbase, bevor jetzt einer sagt, ja, aber die Breeze 2 ist ja Pomp, das hält vielleicht was anders. Ja, das macht ja da keinen Unterschied. Da hätte man ein bisschen mehr Wert drauf legen müssen. Muss ich leider, glaube ich, so sagen. Ja, deswegen habe ich auch die Punkte genannt. Ich finde, das ist was, was man wissen sollte, bevor man sich die Pfeife holt. Im Endeffekt stört es beim Rauchen, meiner Meinung nach, absolut gar nicht. Und von daher, das ist ein kleiner Punkt, den man bei so Diskussionen auf jeden Fall nennen muss, ist aber auch ein Punkt, der für mich keine Kaufentscheidung ausmacht. Nein, absolut nicht. Sie ist komplett dicht, sie raucht sich 1A, alles gut. Ja, von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Aber, wo du es schon gesagt hast, sie raucht sich gut. Kommen wir mal zu dem wichtigsten Punkt bei jeder Pfeife, wie ist das Rauchverhalten? Also Durchzug, Entlüften, Anzug und so weiter. Ich glaube, Anzug müssen wir bei den Pfeifen gar nicht groß drüber reden, das sind alles kleine Pfeifen. Das ist ein sehr direkter Weg, das ist bei allen ein relativ kleines Bowlvolumen, das fühlt sich sehr direkt an. Man hat den Rauch sehr direkt in der Lunge, das sind kurze Wege, kurze Wege halt, klar. Der Schlauch ist ja immer auch noch dabei, deswegen, ob das jetzt so groß ist oder so groß, das macht da keinen Riesenunterschied in dem Fall, weil die sowieso schon relativ nah beieinander sind. Aber Rauchverhalten. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Durchzug und auch da muss ich sagen, die Penta gewinnen für mich haushoch. Wirklich haushoch. Also der Durchzug bei der Penta ist unglaublich gut. Jetzt hatte letztens jemand im Livestream gesagt, David hat gesagt, also Dölet hat gesagt, die hätte eine 6 von 10. Dann hat er aber auch gesagt, aber bei ihm war der Wasserstand relativ hoch. Ich muss sagen, wenn man den Wasserstand, also ich habe das Video von David noch gar nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber wenn er sagt 6 von 10, dann muss ich da ganz klar widersprechen. Die Penta hat für mich einen brachialen Durchzug. Mit dem Wasserstand knapp über dem Diffusor ist das für mich der beste Durchzug. Ich würde dem Durchzug auf der Skala von 1 bis 10 8,5, vielleicht sogar 9 Punkte geben. Also der ist für mich ganz knapp hinter dem Durchzug von der Aeon Edition 4. Und das ist brutal. Ich kann zur Penta nichts sagen. Ich habe es noch nicht drauf. Das muss ich ganz klar sagen. Das heißt, enthalte ich mich einfach bei dieser Pfeife komplett. Ich stimme dir nicht zu. Ich widerspreche dir auch nicht. Ich enthalte mich bei dieser Pfeife komplett. Ich muss zwischen diesen drei Modellen, der Nano, der Breeze 2 und der KFS wählen, was, wir hatten gerade den Anzug, oder den Durchzug. Den Durchzug. Anzug haben wir ja gesagt, das ist relativ ähnlich. Den Durchzug, wenn ich, ich kann nur diese drei wie gesagt beurteilen, die Penta, wenn ich nicht rauche, da wäre es für mich tatsächlich die Breeze 2. Die Breeze 2 lässt sich für mich von diesen drei Modellen, wo ich es beurteilen kann, am leichtesten rauchen, was mich wiederum irritiert, aus einem ganz einfachen Grund. Sie hat den geringsten Durchmesser im Taucher- und Rauchsäule. Verglichen mit allen, das kann ich beurteilen, allen anderen drei Modellen. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich auch bei dir. Platz 2 würde bei mir nach der Penta auch auf jeden Fall an die Breeze 2 gehen. Ja. Ganz, ganz safe. Kai F.S. und X-Hooker-Division-Nano finde ich sehr nah beieinander. Ich finde die auch relativ nah an der Breeze. Also auch da, die Unterschiede zwischen den Pfeifen sind nicht riesig, aber sie sind halt da. Ich würde sagen, auf meiner Skala würde ich der Breeze eine 8,5 geben. Da wäre ich absolut bei dir mit einer 8,5. Vielleicht eine 8, 8,5 irgendwas. Eine 8,25 würde ich hier geben. Also um es mal fair zu halten. Wir haben gesagt, bei der Penta hast du gesagt, eine 8,5 würde es dir geben. Ganz knapp. Also bei der Penta habe ich gesagt, so 8,5 oder 9. Ja. Da kann ich mich auch nicht so richtig festlegen. Weil bei der Edition 4 von Aeon habe ich gesagt, das ist eine 9. Ja, und das ist schon sehr gut. Das ist schon sehr gut. Dann muss die Penta ein kleines bisschen weniger haben. Also so eine 8,75 sozusagen. Und wenn ich ihr eine 8,75 gebe, dann kriegt die eine 8,5 und die anderen kriegen eine 7,75. So niedrig würde ich noch nicht. Ja. Verstehst du? Da ist die Skala dann langsam das Problem. Es ist verdammt schwer. Also ich sage mal, eine 7 wäre für die Nano und für die KF zu schlecht. Das wäre absolut ungerechtfertigt. Eine 8,5 wäre zu hoch gegriffen. Definitiv. Dafür sind sie noch nicht weit genug. Auch die 8 bin ich mir nicht ganz sicher. Ich würde den auch an so eine 7,75 rangehen, weil 8 wäre zu viel. Eigentlich wollte ich gar keine 2,5er Schritte machen, aber da kommt man dann halt irgendwann in die Bredouille. Da sind wir aber bei dem Punkt, was die ganzen Zuschauer, die Community, sag ich mal, interessiert hat, welche Pfeife davon nimmt man eigentlich. Und wir sehen auch jetzt schon wieder, wir reden gerade, sage und schreibe, eine halbe Stunde knapp schon über diese Pfeifen. Mehr. Wir sind uns immer noch nicht einig und wir werden wahrscheinlich auch zu keinem Ergebnis kommen. Nein, nein. Also es gibt auch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, für mich gibt es keine klare Entscheidung zwischen diesen Pfeifen. Deswegen versuchen wir, über so viele Dinge zu reden, damit wir auf möglichst viele Aspekte eingehen und deswegen auch nochmal genau diese Diskussion. Es gibt nicht unter diesen vier Pfeifen die beste. Die Penta hat zum Beispiel den Kopfschliff. Die Breeze hat für mich die schönsten Blow-Off-Varianten. Die Kaif ist für mich die coolste Pfeife zu mitnehmen, weil sie schon mit dieser Tragetasche kommt. Die X-Hooker hat für mich den schönsten Teller-Blow-Off. Also, weißt du, jede von diesen Pfeifen, die haben irgendwie, jede von diesen Pfeifen hat so einen Punkt, wo ich sagen muss, oder mehrere Punkte, die besonders gut sind, dafür sind vielleicht andere Sachen an dieser Pfeife nicht so gut wie bei den anderen. Ja. Weißt du, wenn du sagst, ich will die am besten verarbeitet, so von den vier, dann ist es für mich die Penta. Willst du den besten Durchzug, ist es die Penta. Willst du für mich das schönste Design, ist es für mich die Breeze. Willst du den coolsten Teller, also verstehst du, ich drehe mich da die ganze Zeit im Kreis. Permanent. Und ich habe auch in den Reviews schon mal versucht, kurz drauf einzugehen. Das hat ja nicht gereicht. Das hat nicht gereicht von der Zeit her. Da hätte ich noch mal eine Viertelstunde hinten dran hängen müssen oder mehr, um da irgendwie was halbwegs Gescheites bei rauszubekommen. Das hat nicht funktioniert. Deswegen machen wir das Ganze. Deswegen machen wir das Ganze jetzt. So. Durchzug haben wir, glaube ich, durch. Richtig. Blow-Off-Varianten. Ganz wichtiger Punkt. Also. Die Penta hat einen Blow-Off. Man könnte den anpassen mit einem Molassefänger. Die X-Hooker kommt mit drei Tellern. Meiner Meinung nach gibt es da zwei, drei wirklich sinnvolle. Man kann den Teller weglassen. Da hat man den Blow-Off hier oben nach oben so gegen den Kopf. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Man kann den kleinen Teller drauf machen. Dann ist es so wie jetzt. Oder man kann den größeren Teller drauf machen. Dann ist es noch ein bisschen verteilter, sage ich mal. So kommt es ein bisschen präziser raus. Mit dem großen Teller ein bisschen verteilter. Die Breeze kommt standardmäßig mit vier Blow-Offs. Es wurden aber auch schon noch weitere Blow-Offs gefunden. Man kann von der Base nach oben unter dem Kohleteller nach unten an dem Kopf nach oben oder mit dem zweiten Teller der auch dabei ist den Teller-Blow-Off haben. Richtig. Ja genau am Kopf nach oben hatten wir schon. Genau Kopf nach oben hatten wir schon. Die Kaif war standardmäßig gedacht mit dem Blow-Off unter dem Teller nach unten. Richtig. Dann hat die Community noch herausgefunden du kannst das Ding ja auch einfach oben drauf schreiben und schon hast du einen Teller-Blow-Off. Ja. Aber ohne den zweiten Teller. Jetzt mittlerweile gibt es von Ocean nochmal einen zweiten Teller zu kaufen der dir auch einen normalen Teller-Blow-Off ermöglicht. Hast du bei dir einen klaren Favorit bei den Dingern? Wenn wir wirklich jetzt nur den Punkt Nur von den Blow-Offs. Also wir gehen von den Blow-Offs an sich jetzt nicht der Einzel die Menge der Blow-Offs sondern Blow-Offs an sich. Wenn ich das Ganze kategorisieren müsste. Nee also einfach dein ganz subjektiver Eindruck wo gefällt es dir am besten wo gefällt es dir am wenigsten. Da ist das Ranking für mich eigentlich ganz klar muss ich sagen auf Platz 1 für mich am besten wegen der Menge der Blow-Offs die Breeze 2. Ja. Auf Platz 2 die Division Nano. Die Division Nano aus dem Grund sie kann genau wie die Breeze 2 über den Teller ausblasen. Jetzt kommen wir wieder zu einem ganz wichtigen Punkt für mich der Teller ist mir bei der Breeze 2 oben zu klein dimensioniert weswegen der Blow-Off über den Teller bei der Division Nano schöner aussieht. Weil es sich mehr verteilt und weiter über die Pfeife herabfällt. Also Menge Blow-Offs würde der Punkt an die Breeze gehen. Menge und alle drei die er davon hat abgesehen des Tellers gehen an die Breeze 2 für mich. Sobald wir in den Teller kommen ist es für mich eindeutig die Division Nano. Okay. Danach kommt für mich die Panther weil es auch ist für dich schöner und besser als die Kaif. Ist für mich schöner und besser als die Idee der Kaif. Warum kann ich dir ganz einfach sagen. Ich finde die Idee mit dieser Einwölbung hier unten am Teller so genial gemacht weil das Ganze nicht einfach dagegen geknallt wird und sich dann abfällt wie bei der KFS was hier nochmal deutlich anders aussieht als auch bei der Alpha weil der Weg ja sehr sehr kurz ist bei der Alpha geht es ja von unten komplett drüber. Deswegen hier für mich was Marv auch gerade wieder zeigt die Penta da auf dem Platz 3 nicht weil sie schlecht ist aber sie bietet einem von den Blow-Offs die geringsten Möglichkeiten und auf Platz 4 leider Gottes nicht weil sie schlecht ist aber einfach nur von der Optik her beim Blow-Off was mir im Wegs und gut gefällt dann die Kaif S Wie wäre es bei dir? Also wenn ich das auch so aufteile Menge der Blow-Offs und Schönheit der Blow-Offs muss ich anfangen wie mit den wenigsten Blow-Offs ganz klar die Penta Du hast den einen Blow-Off den könnte man noch mit einem Molassefänger verändern kommt für mich nicht in Frage weil ich keine Molassefänger mag deswegen wäre die Penta von Anzahl der möglichen Blow-Offs ganz klar auf dem letzten Platz auf dem nächsten Platz und da wird es schwer wüsste ich nicht ob ich die Kaif hinsetze oder die X-Hooker hinsetze die Kaif kam geplant mit den wenigsten Blow-Offs hat aber auch die Möglichkeit mit so einem mit dem Kohleteller den man noch dazu kaufen kann auch einen Teller Blow-Off den Blow-Off über nur einen Teller was aber eigentlich auch ne bei der X-Hooker geht es nicht weil dann geht er ja nach oben dann hast du sozusagen einen Kopf-Blow-Off also zwischen den zwei ist es für mich sehr sehr schwierig einen Gewinner rauszusuchen sehr sehr schwierig der klare Gewinner zwischen allen Pfeifen ist bei mir auf jeden Fall die Breeze für mich ist der etwas kleinere Kohleteller kein Argument ich finde den okay und die Breeze mit den vier eben genannten Blow-Offs ist einfach am genialsten also was Modularität angeht was die Menge der Auswahl an Blow-Offs angeht ganz klar die Breeze bei mir auf dem ersten Platz Schönheit der Blow-Offs sehr schwierig sehr sehr schwierig ich finde jede von diesen Pfeifen hat da irgendwie was was für sie spricht also für mich ganz subjektiv ist die Breeze trotzdem auf Platz 1 weil ich finde der X-Hooker Blow-Off der Teller Blow-Off ist schöner als bei der Breeze etwas weil der schön größer ist voluminöser ist auf der anderen Seite würde ich trotzdem wenn es mir um Blow-Offs geht beim Pfeifenkauf die Breeze nehmen einfach weil ich einen etwas weniger schönen Teller Blow-Off habe aber dafür halt noch drei weitere und nicht nur mit Teller umdrehen und Spielerei wie bei der X-Hooker sondern wirklich geplante schön umgesetzte tolle Blow-Offs aus verschiedenen Winkeln von verschiedenen Stellen an der Pfeife es ist sehr schwer ich finde den Blow-Off von der Penta auch super schön das ist halt wieder so ein Ding da muss sich glaube ich jeder selbst überlegen schlicht und ergreifend welchen finde ich am schönsten denkt ihr wirklich ihr seid Menschen die den oft umschrauben bei der Breeze denkt ihr euch vielleicht ne ich will da eh nicht großartig rumwummeln ich will dass das ein schöner ist dann solltet ihr euch überlegen muss das ein Teller Blow-Off sein soll das so ein Blow-Off wie bei der Penta sein also es ist für mich ein riesen Durcheinander das ist schon wieder genau dasselbe ich drehe mich da in so einem dauerhaften Teufelskreis wo ich nicht wirklich rauskomme ich könnte gar nicht sagen die, 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 die so in der Reihenfolge wäre das für mich aber jetzt kommen wir auf den Punkt wenn sie alle nur ein Blow-Off hätten was sie allidentisch haben und zwar ich weiß nicht die Division Nano kannst glaube ich auch nach unten ne kann sie nicht gut du kannst den Teller umdrehen dann fällt er so nach unten aber trotzdem über den Teller ist aber eigentlich nicht geplant gut da können wir eigentlich nur drei vergleichen weil die Division Nano fällt in dem Fall leider raus weil sie es als einzige nicht kann alle anderen drei können es und dafür können aber alle vier nicht das Geil das heißt Division Nano aber wenn jetzt die KFS die Breeze 2 und die Nano da stehen die können alle am Teller nach unten ausglasen welche von den dreien wäre die wo du am ehesten sagst die gefällt mir da jetzt mit am besten die Penta die Penta ganz klar ich habe es auch schon im Review zu der Penta gesagt ich als Reviewer von Pfeifen ich kann im Endeffekt mittlerweile ganz gut sagen ist das ein tolles Produkt was im Endeffekt rausgekommen ist aber den Entstehungsweg von dem Produkt den kenne ich noch nicht super tiefgründig das heißt ich saß jetzt noch nicht nebendran als jemand eine technische Zeichnung die dann zur Produktion von so einer Pfeife gemacht wird da saß ich noch nicht nebendran das habe ich noch nicht mitbekommen bei der Penta finde ich die Rauchmenge die da beim Blow-Off rauskommt wie brachial der Blow-Off aussieht mit Abstand am allergeilsten also wenn man bei der Penta leicht entlüftet und das so geil die Rauchsäule runterfällt wie ich es jetzt schon ein paar Mal gemacht habe finde ich was Blow-Off vom Teller nach unten angeht den von der Penta am schönsten okay naja gut du hast natürlich mehr Rauch oder einen voluminösen Rauch weil das Ganze natürlich komprimiert oben gegen den Teller gedrückt wird und sich dann automatischer unten fällt aber es ist schon richtig die Penta sticht hier bei ihrem unter dem Teller Blow-Out oder Blow-Off wie auch immer ihr es nennen möchtet am meisten hervor muss man ganz ehrlich sagen hat so ein bisschen was mit einem Raketenstart muss ich sagen ja safe also da ist das für mich auch super schwierig wenn du jetzt so ein Overall Fazit hättest Konsti wenn ich dir jetzt sagen würde hier Junge hast du 150 Euro Weihnachtsgeld kauf dir eine von den vier könntest du dir eine aussuchen das ist schwer zu sagen aus dem einfachen Grund egal was man jetzt antwortet könnte so gewertet sein dass man jetzt irgendeine Marke mehr favorisiert wie auch immer ist ja okay wenn du einen Favorit hast also ich sage das jetzt ganz unabhängig der Marke wir nehmen jetzt einfach alle Pfeifen kratzen den Markennamen runter es gibt keine Marke es geht rein nur um das Optische das Haptische und was mir am besten gefällt dann wäre es tatsächlich die Breeze 2 das ist aber komplett ohne Marke auf der Breeze wenn da jetzt Viro draufstehen wird dann wäre es die Viro 2 wenn auf der Breeze X-Hooker draufstehen wird wäre es die X-Hooker 2 das wäre ganz egal der Name ist komplett unabhängig es wäre definitiv die Breeze also bei mir streich den Namen ja ja ich versuche es ich versuche es aber trotzdem du musst dich aber leider für einen entscheiden das ist der Punkt ja aber ne gut mein Punkt kann ja auch sein dass ich mich persönlich gar nicht zwischen denen entscheiden könnte du würdest dir eine Amy kaufen im Endeffekt muss ich mich ja auch gar nicht entscheiden ich bin in der glücklichen Position dass die alle bei mir hier im SWG Studio stehen ich verstehe hundertprozentig was du meinst mit der Breeze 2 und ich bin auch bei dir aber die X-Hooker als noch ein bisschen kompakter mit der Bowlie dabei ist mit dem schönen Tellerblower verstehst du das ist für mich genau wieder dieser Teufelskreis für jede dieser Pfeifen spricht meiner Meinung nach einfach was wenn ich mich entscheiden müsste und da fließt definitiv meine Liebe zu der Marke Mose mit ein auch wenn du sagst ich soll da nicht drauf achten ich kann das jetzt nicht einfach ausschalten Mose ich habe die Breeze 1 schon geliebt für mich wäre es auch die Breeze 2 naja gut auf der anderen Seite muss ich ganz klar dazu sagen ich kann jeden verstehen der sich für eine von den anderen drei entscheidet und das ist ein ganz wichtiger Punkt viele haben sich um die Breeze 2 gestritten kann man wirklich fast schon so sagen da gab es ja auch Tränenausbrüche in Geschäften weil man keine mehr bekommen hat oder sowas da habe ich auch ja ja habe ich auch einiges erlebt da gab es tatsächlich Tränenausbrüche weil man keine mehr bekommen hat ich möchte es mal so sagen am Anfang es haben ja auch viele gestern gefragt ist die Panther derzeit ein Hype und da habe ich habe ich gestern ich kann nur für mich sprechen ich bin der Meinung die Panther hat noch keinen Hype entwickelt warum das hatten wir auch eben das Thema das wäre jetzt auch vielleicht wieder was für die nächste Folge aber ich muss ja gerade vorweg greifen das passt da ganz gut rein das ist auch der Grund warum das Ganze eigentlich entstanden ist weil ich habe zu Marv gesagt nein und auch gestern im Stream ich glaube noch nicht dass die Panther bereits ein Hype ist genau weil gestern kam im Stream die Frage findet ihr den Panther Hype gerechtfertigt genau so dass sich in den letzten paar Jahren auf dem deutschen Shisha Markt einige Hersteller auch größere oder jetzt auch Newcomer wie X-Hooker etabliert haben Newcomer aus dem Grund weil das Team somit das Jüngste noch ist derzeit etabliert haben das heißt diese Hersteller werden auch mehr beäugt das war vor 4, 5, 6 Jahren wo es dann mal Amy und NPS und alles gab die Community noch kleiner war noch nicht so der Fall da kam was raus die Leute haben es in der Bar gesehen oder haben es gekauft nach und nach gekauft und dann war das gut Social Media war auch noch nicht so groß viel weiter hinten und jetzt ist es so jetzt gibt es ja eine Regelrecht eine Community eine richtige Gemeinschaft in dieser Szene und vor allem nicht nur dass sich die Community verstärkt sammelt sondern auch noch der Kreis viel viel größer geworden ist wenn damals eine neue NPS rauskam dann gab es vielleicht einen Käuferkreis von weiß ich nicht 2000 Menschen wenn mittlerweile eine Pfeife rauskommt dann gibt es da wahrscheinlich 100.000 Menschen die Bock haben eine neue Pfeife zu holen wir sprechen ja mittlerweile auch nicht nur mehr von der Pfeife die nur in Deutschland verkauft wird sondern wir sprechen diese Hersteller generieren ja auch teilweise Europa beziehungsweise manche sogar weltweit und da sind wir an einem Punkt angekommen wo ich sage mittlerweile bekommt ihr ja auch viel mehr mit was kommt eigentlich raus ihr verfolgt die Hersteller die ihr mögt und 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 seid da natürlich auch Hype drauf ein Hype bei der Penta würde ich sagen gibt es doch nicht ganz im Gegenteil zur Breeze da gibt es einen Hype woran mache ich das fest die Breeze kam raus die Leute sind drauf gestürmt weil es neu war genau wie bei der Penta allerdings ist es bei der Breeze nach wie vor so auch wenn einige ein wenig unglücklich sind mit dem Ganzen wie Mose das Ganze momentan macht oder auch gemacht hat sei es jetzt die Server und 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 wo man aber auch wieder Mose in Schutz nehmen muss und sagen muss die können nicht für alles etwas das die Servers nicht geschafft haben habt ihr gesehen passiert den Jungs von Byron da eh und ebenso ja aber bevor ich das alles zerrede bei der Penta wird man sehen ob es einen Hype gibt wenn bei der zweiten oder dritten Charge die kommt immer noch der Andrang so groß ist ist er da noch so groß würde ich vom Hype sprechen ist er dann abgeflacht heißt es nicht dass es eine schlechte Pfeife ist heißt es auch nicht dass sie sich schlecht verkauft hat das heißt einfach nur die Leute sind gesättigt oder haben vielleicht nicht mehr so das große Interesse daran das heißt aber nicht dass es schlecht ist die Begeisterung auf die Masse gerechnet genau das ist die Frage bei der Breeze kann man sagen da kamen jetzt immer mal wieder welche raus und jedes Mal aufs Neue waren die Server down und jedes Mal aufs Neue war es eine große Krise in Minuten waren die weg in Minuten so die Penta die ging heute Nacht auch unglaublich schnell weg die Frage ist wie lange wird das bleiben auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen wir haben ja keine Einsicht da drin oder da rein wie viele Breeze kam denn jetzt weißt du vielleicht kam ja jetzt auch in dem ersten Drop von der Penta mehr Pfeifen online als bei der Breeze bis jetzt das kann natürlich sein das wissen wir ja nicht das wissen wir nicht die Frage ist wie lange bleibt also ich würde es um nochmal den Reset zu nehmen gerne ich finde es gibt einen großen Unterschied zwischen es gibt einen neuen Release mittlerweile von einer bekannten Marke und einen wirklichen Hype um eine Pfeife bei der Penta sind wir noch an dem Punkt noch nicht angekommen wo man sagen könnte es ist ein Hype bei der Penta war es jetzt einfach ein gefragter Release und das ist mittlerweile deutlich krasser als das noch vor einem ganz zu schweigen von vor drei Jahren war wenn vor drei Jahren eine Pfeife rausgekommen ist dann ist das so nach und nach durchgesickert da haben nach und nach die ersten Leute eine bekommen das haben nach und nach mehr Leute gesehen bei dem Release von der Breeze da wussten ja schon so viele Leute Bescheid da hatten schon so viele Leute die Entscheidung getroffen ja ich will eine Breeze kaufen als das Ding rauskam gab es da schon eine riesen Truppe an Menschen die da richtig Bock drauf hatten bei der Penta jetzt genau dasselbe nach und nach kam da Content zu viele Leute haben die schon gesehen viele Leute haben sich auf den Release gefreut ich finde wir sind in der Shisha Szene an einem Punkt angekommen wo Releases von bekannten Marken krank sind also wirklich krass was da mittlerweile für ein Andrang ist auf neue Pfeifen das ist wirklich geisteskrank aber da müssen wir unsere Begriffe ein bisschen neu definieren und halt auch klar sagen das ist einfach jetzt so dass Releases von neuen Pfeifen von gefragten Marken krank einschlagen ob das dann so ein Hype wird wie bei der Breeze dass die wochenlang immer ausverkauft ist dass es immer noch Menschen gibt die eine kaufen wollen und immer noch keine abbekommen haben da werden wir sehen was bei der Penta passiert man muss ja auch sagen selbst bei der Division Nano gab es ja diesen Andrang auf die Pfeife nicht so groß bei weitem nicht so groß wie bei der Breeze 2 oder der Penta oder der KFS wobei ich bei der KFS gar nicht weiß ob der Andrang so groß war die KFS kam halt zu einer anderen Zeit raus sie kam vor allem eher ich sag mal unter dem Radar raus sie war plötzlich da sie wurde beworben natürlich das sind mittlerweile also da spielen alle vier Pfeifen in der selben Liga alle vier Pfeifen kamen an der Zeit raus wo Pfeifen und das Thema mehr beworben wurde ich finde trotzdem die Kaif steht da ein bisschen hinten an weil sie noch zu einem anderen Zeitalter in der Shisha Community raus aber sie hatte schon diesen ersten Wirbel also sie war am Anfang dieser Werbegeneration mit drin man muss ja ganz ehrlich sagen es ist ja ein gewisses Bewerben was es vor vier, fünf Jahren auch noch nicht gab deswegen auch die Bekanntheit Entschuldigung einige Hersteller und Marken noch nicht so da war wie sie jetzt ist wie gesagt bei der Division Nano gab es ja auch einen Andrang auf den ersten Drop auf den ersten Release er war bei weitem nicht so groß wie beim Rest aber er war gegeben so jetzt wird sich rauskristallisieren wenn die Händler oder X-Hooker weiter Pfeifen rausbringt und die Jungs sagen hey ich habe wieder 10.000 Stück produziert und die sind nach einer Woche weg dann kann man auch davon im Hype sprechen ja das Punkt ist halt wie du es schon sagst wir kennen die Zahlen nicht ja richtig genau wir kennen die Zahlen nicht Leute das ist ihr merkt schon also da könnten wir auch einen ganzen Livestream drüber diskutieren ja irgendwo müssen wir den Schlussfaden Schlussfaden? Schlussstrich 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 ziehen ich denke wir konnten jetzt noch ein bisschen über die vier Pfeifen reden wir haben nochmal ein paar Punkte genannt sind nochmal ein bisschen ausführlicher auf die einzelnen Punkte eingegangen nochmal ein bisschen mehr im direkten Vergleich als es in Reviews zu einzelnen Produkten geht klar auch in einem Review sollte man mal kurz über die Konkurrenz sprechen ihr wollt natürlich auch es gibt bestimmt viele von euch die sich jetzt denken ach so eine kleine Steckpfeife Einschlauch mit einem schönen Blow-Off das hätte ich jetzt noch gerne aber da gibt es halt gerade einige das sind bestimmt auch nicht alle die wir hier haben wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar andere wo ihr euch denkt die hätte da bestimmt auch noch gut mit reingepasst aber die vier eben nochmal ein bisschen genauer im Vergleich wir hoffen die erste Folge von SWG diskutiert und ich glaube an manchen Punkten sind wir wirklich in eine Diskussion reingegangen hat euch gefallen again das ist die Pilotfolge lasst uns sehr sehr gerne Feedback in den Kommentaren da wie ihr das Ganze fandet und wenn ihr bis jetzt am Start bleibt dann haut ihr hinter euer Kommentar Hashtag Styropor oder Hashtag Schwarze Dose ja mach Schwarze Dose stimmt was blöd Hashtag Schwarze Dose hinter euer Kommentar dann wissen wir dass ihr es bis zum Ende geguckt habt und wie gesagt schreibt gerne einen Kommentar lasst uns gerne einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat wenn das Ding gut ankommt machen wir sowas gerne wieder an der Stelle Konzi danke fürs dabei sein bis zum nächsten Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal und... ... Vielen Dank.